Okay, okay, alles klar. Sie fantasieren. Was soll das sein, so ein kleines Stanislavski-Impro-Ding? Das können Sie sich sparen. Stanislavski gehört der Mann zum Widerstand? Stopp! Ich bin Ihr Gast! Heute früh reißt mir Gabriella die Bettdecke weg und jetzt spielen Sie hier mit mir Schnitzeljagd! Tut mir leid, aber Sie dürfen nicht aufhören zu spielen, Nick! Das geht Sie absolut nicht an! Ob Sie wollen oder nicht, Sie haben eine Gabe. Und diese Gabe bringt Licht! Und Freude in eine zunehmend finstere und kaputte Welt! Und sich abzuwenden von dieser Gabe heißt sich abzuwenden von der gesamten Menschheit! Der Menschheit? Ich fürchte, so ist das. Das hat mir gefallen, bis es drauf! Ich bin's!